Grüezi miteinander. Willkommen zur Medienkonferenz. Danke, dass Sie kurzfristig zur Zallweiferschein sind. Wir freuen uns heute, unseren neuen Cheftrainer Marco Schellibaum vorzustellen. Marco, herzlich willkommen bei Blau-Weiss, herzlich willkommen bei GZ Zürich. Wir wollen die wenigen Minuten von dir selber hören, wieso du dich für GZ entschieden hast. Dann übergebe ich gerade an unseren Sportchef, Stepan Schwarz. Und bitte alle Medienschaften jeweils aufs Mikrofon zu warten, den Namen und das Medium vor der Frage zu nennen. Herzlich willkommen Marco, herzlich willkommen liebe Medienvertreter, herzlich willkommen liebe GC-Fans, liebe GC-Unterstützer. Wir sind froh und glücklich, dass wir Marco Schellibaum als unseren Trainer gewinnen konnten. Er bringt für uns die Erfahrung mit, die wir in der jetzigen Situation brauchen. Er ist ein Fachmann auf dem Gebiet, die alle Situationen erfordert in der jetzigen Situation. Er kennt den Schweizer Fußball in- und auswendig. Und wir sind der Überzeugung mit ihm und zuversichtlich, dass er der Mannschaft den nötigen Power und die Überzeugung gibt, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen. Herzlich willkommen. Des Weiteren möchte ich mich natürlich bei Bruno Berner bedanken. Wir hatten in den letzten 14 Tagen, so lange bin ich jetzt hier, ein sehr vertrauensvolles, sehr gutes Verhältnis. Und auch gemeinsam haben wir die Überzeugung gehabt, dass wir es hinkriegen können. Aber am Ende ist Fußball einfach so. Es ist ein Ergebnissport. Die Ergebnisse sind nicht gekommen. Und somit sind wir zum gemeinsamen Schluss gekommen, am Ende der Zeit jetzt, dass wir eine Änderung vornehmen möchten. Und das machen wir mit dem heutigen Tag. Vielen Dank. Danke, Stefan. Vielen Dank. Marco, du bist viele hier im Raum, und viele von unseren Bands kennen dich schon. Kannst du uns erklären oder sagen, was hat dich überzeugt, in der jetzigen Situation nach Zürich zu kommen? Ja gut, das ist ein GC, das 13 Jahre von meinem Leben ein Projekt hat vor allem. Es ist auch so, dass nebst meinen Eltern viele Werte ins Leben gegeben wurden. Aber auch jetzt habe ich viel gelernt. Ich glaube, das ist schön am Sport. Es ist wieder eine Geschichte, die unglaublich toll ist, dass ich wieder zurückkomme, nach doch vielen Jahren. Aber auch nie vergessen, was wir in den 13 Jahren gegeben haben. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt da, dass ich etwas GC zurückbringen kann. Das war die grösste Motivation, dass wir den Liga halt arbeiten. Und auch stolz, muss ich ehrlich sagen. Es ist ein ganz tolles Gefühl, dass ich hier in der Chef-Training bei GC bin. Es war doch auch lange in meinem Leben der GC im Herzen und auch immer noch im Herzen. Und darum ist es für mich eine sehr spezielle Situation. Aber ich bin, wie gesagt, sehr stolz und auch sehr, sehr motiviert. Ich muss auch wissen, dass ich hier neutral in die Gruppe gekommen bin, heute Morgen. Und haben sie gesehen, sie lebt, sie hat Qualität. Und ich glaube, die Situation ist sicher nicht einfach. Das sind wir uns bewusst. Und die Realität ist, dass wir heute, am 10. April nur 30 Euro haben. Sieben und Sechs auf die anderen zwei Foren. Aber ich glaube, mit dem, was ich der Mannschaft bringen kann, mit dem, dass es dann mitgeht, werden wir sicher, das kann ich auch versprechen, mit Herzspielen. Wir wissen, für wer wir das spielen. Und das ist das Wichtigste, dass im Moment wirklich das im Vordergrund stehen. Danke, Marco. Dann würden wir jetzt gerne Ihre Frage entgegennehmen. Michi Wettstedt von A5CH. Ja, steht hier die Frage, wann war klar, dass ihr etwas machen müsst? Wann war klar, dass es nicht weitergeht mit Bruno? Und wann habt ihr euch auf die Trainersuche gemacht? Also, an dem Tag, an dem ich angefangen habe, wusste ich, welche Situation auf mich zukommt. Das war klar. Wir haben versucht, mit Bruno Berner die Ergebnisse und die Art und Weise, wie wir spielen, in eine andere Richtung zu lenken. Leider ist uns das nicht gelungen. Und, sag ich mal, direkt nach dem ersten Spiel habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie kann was weitergehen, wenn wir den Turnaround nicht schaffen, wenn wir keine Änderungen in den Ergebnissen bekommen. Schlussendlich war natürlich am Sonntag, auch mit roter Karte und Toren, die komisch fielen, war klar, dass wir so nicht weitermachen können. Und im Endeffekt war dann relativ schnell uns allen gemeinsam klar, dass wir spätestens nach dem Sonntag, nach dem verlorenen Spiel, in Ibadon die Reißleine ziehen müssen und eine Änderung machen müssen. Und wie wurde der Kontakt aufgenommen mit Marco? Mit dem Telefon. Ah, mit dem Telefon. Ja, natürlich habe ich mir Gedanken gemacht oder wir uns Gedanken gemacht, welche Trainerkandidaten denn in Frage kommen. Wir haben uns ein Anforderungsprofil ausgearbeitet, haben dann eine Shortlist gehabt und am Ende war es für uns klar oder überzeugend mit Marco, wie ich es vorher schon gesagt habe, so einen Fachmann zu bekommen, der dies alles schon erlebt hat, der den GC kennt. Es hilft glaube ich immer, wenn man einen Verein kennt, wenn man, wie er gesagt hat, hoch motiviert ist, dem Verein auch was zurückzugeben zu wollen. Das war auch in unserem ersten Gespräch schon die Motivation und ich muss fast sagen, ich hatte Gänsehaut. Und wenn man jetzt diese Überzeugung übertragen kann auf die Mannschaft, dann freue ich mich auf die nächsten Wochen, spiele jeden Tag in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Kann man Sie noch die Anschlussfrage stellen, wie lange gilt der Vertrag? Mit Klassenerhalt plus zwei oder plus fünf? Wir geben keine Auskünfte über Vertragsinhalt. Der Fragil Marco, wie sieht es aus dem Vertrag? Wie bist du? Sorry, kannst du genau... Sorry, ich habe ein Mikrofon bitte. Ist schon zu spät. Marco. Ich danke genau, bleib und sage das Gleiche mit Stefan. Gut, ein Geheimnis. Ja? Ein Geheimnis. Und so denken wir beide. Danke bitte, die Frage. Da vorne bitte. Ja, Hauk, Kisten, SDA. Eine Frage an Stefan Schwarz. Ihr musstet ja auch mit Ivernor sprechen, damit ihr Marco verpflichten konnten. Wie ist da der Kontakt abgelaufen? Zu Inhalten, wie wir mit Ivernor die Kommunikation gepflegt haben, machen wir natürlich keine Auskünfte. Es war sicherlich nicht ganz einfach, aber am Ende haben wir eine gemeinsame Lösung hinbekommen und die ist in allem Sinne vernünftig gelaufen, sonst wäre Marco heute nicht hier. Von dem her gilt allen Beteiligten der Dank, dass es am Ende zu diesem Schritt so kam, wie wir jetzt hier beieinander sind. Danke. Ich bin ein Siegeinsfahrer für den Klub und das war nicht negativ gemeint, aber man kann die Jungs so beibringen, dass sie das haben, weil am Ende des Tages ist die Basis ja, dass man auch die Einstellung mitbringt, das Spiel zu gewinnen, auch mutig auftreten tut und auch durch Erfolg und durch Punkt machen oder Sieg hast du dann auch wieder die Identität, weil die GC ist mehrfach der Meister oder die Mannschaft, die am meisten, die Meisterschaften gut ist. Aber das ist relativ lange her, was habe ich mit dem gemeint, also wir müssen schon wieder einen Weg finden, das ist nicht heute oder morgen oder bis Ende Saison, aber das GC ist ja auch wieder eine Rolle, muss man spielen im Schützenfussball. Hast du dann nicht gezögert, wo die Anfrage gekommen ist, weil du vielleicht Respekt hast, jetzt von GC die Anfrage gekommen bist, hast du dann nicht gezögert, oder hast du vielleicht Respekt vor dieser Aufgabe, weil ganz einfach ist sie ja nicht? Also Respekt, das ist so, ja, die Aufgabe ist sehr, sehr schwierig, das sind wir uns bewusst, aber ich glaube, wenn man mutig ist oder auch gewisse, ich würde sagen Abenteuer, aber gewisse Challenges von Twane, das ist auch das Leben, also wir müssen mutig sein und ich muss auch mutig sein und ich muss vorausgehen, wie ich es vorhin gesagt habe, ich komme relativ neutral in die Mannschaft, habe sie aber sehr offen und gut auf dem Platz gesehen, aber ich glaube, der Weg ist da, weil wenn ich Angst hätte, dann, das ist kein guter Begleiter im Leben. Und wenn du mich fragst, ich hätte, wie viele Sekunden habe ich gebraucht, das muss ich ja sagen, nicht viel, weil ich habe es vorhin schon angesprochen, GC, auch wenn ich in anderen Vereinsen bin, aber eine Jugend prägt dich im Leben und das habe ich vorhin eben gesagt, dass das GC unglaublich gut gemacht hat mit mir, die Werte haben mir unglaublich viel gehoffen im Leben und das ist schon etwas, das auch eine Herzensangelegenheit, dass ich die Chancen rüberkomme, ich sehe das auch als Chancen, dem Klub etwas zurückgeben. Wenn du von Werten redest, was meinst du damit? Werten gibt es viele, es ist demutisch gefragt, es ist auch Charakter gefragt, es ist auch etwas, was wichtig ist im Leben oder im Fussball, aber auch die Widerschaft, die es braucht, wenn man etwas liebt, muss man auch eine Widerschaft haben und das vermitteln, wenn man das nicht hat, dann wird es einfach schwierig, weil wir reden von technisch, taktisch, wir werden bereit sein, aber wenn du nicht die Widerschaft hast, ein Spiel zu gewinnen, dann wird es einfach schwierig und das ist mein Job jetzt, dass wir das wieder haben und dass das mit Punkten belohnt wird, wir sind in der letzten Zeit auch nicht so belohnt worden vom Glück, aber man kann gewisses Glück immer noch erzwingen. Noch eine Frage, wenn du jetzt auf deine Karriere zurückgehst, sonst ist es etwa 30 Jahre bald. So viel? Ja, wir werden älter, Marco. Dann hätte ich aber, wir müssen mit fünf Jahren kommen, 30 Jahre, 30 Jahre, okay, gut, Spass. Was hast du jetzt für den Geburtstag, vor vier Tagen? Ja, das hast du ja noch eine andere Frage. Nein, das kann ja das Alter nicht ändern, also wir werden jetzt ein bisschen jokern, also wichtig ist, wie ich lebe und ich fühle mich auch sehr, sehr gut und jung. Nein, das Alter kann man nicht ändern. Was ich möchte fragen, ist, wenn du jetzt auf deine 30 Jahre zurückguckst, wo hast du eine vergleichbare Situation gehabt, wie jetzt in der GC? Ist es schwierig, ist es gut heute Morgen? Es ist eine schwierige Frage, oder heute Amittag? Es ist eine schwierige Frage, weil in jedem Klub, finde ich, habe ich immer, habe ich immer, habe ich immer mein Herz gegeben und vor allem, nochmal, ich bin als Spieler von Junioren, aber auch in dem ersten Montag bin ich 13 Jahre da gewesen, also nicht hier im Campus, sondern in das Aardtum, noch dazumal dort gewesen ist, also es hat jede Station, hat mir etwas gegeben im Leben, jede Station, ob es das Leben gewesen ist oder wo auch immer, es hat mir immer etwas gegeben. Aber das ist, was ich vorhin gesagt habe, die Geschichte, ist doch eine schöne Geschichte, dass ich zurückkomme und mir ein Vertrauen geben werde, dass ich diese Mannschaft da oben behalten kann. Weitere Fragen? Ja, Florian Gneige, 20 Minuten, eine Frage an Marco Schellibaum. Mit dem FC Basel und Iverdau sind zwei Teams in einer ähnlichen Tabellenregion, sage ich jetzt mal, wo ihr einen speziellen Bezug mit Basel und Iverdau oder erst in dieser Saison gewesen seid. Wer sieht ihr so als Hauptkonkurrenz jetzt im Kampf um den Paraschplatz? Im Moment sind es ein bisschen viel Konkurrenz. Wir sind sicher in einer schwierigen Situation, punktemässig und auch moralisch natürlich. Ich glaube, wenn man alles gibt und immer etwas verliert, dann wird es einfach nicht so einfach. Aber ich kann mich jetzt auch nicht messen und ich hoffe mich auch nicht mit Basel oder Iverdau. Sie haben auch ihre Probleme und sie werden sie auch müssen meistern, aber wichtig ist, dass wir dann auch so weit sind, dass wir das konfrontieren können, dass wir bereit sind gegen diese Mannschaften, weil es sind wirklich alle zwölf gute Mannschaften. Also ein Spiel zu gewinnen in der Super League ist nicht einfach. Aber ich glaube, das ist Basel und Iverdau ist auch sein Problem, wie sie punkten machen. Ich glaube, mich muss mich fokussieren in mir, wie es ist, punkten machen. Und wer Favorit oder wer besser ist, das möchte ich nicht sagen, weil es muss ja der Level stärker sein für uns. Jetzt, wenn man Fossen in den letzten Spielen angeschaut hat, oder wenn man mit Getafe und die Werte, die ich brauche auf dem Platz, die 100%-Leidenschaft und Einsatz, das haben sie heute Morgen gezeigt. Und dann, wenn man etwas liebt, wie jetzt Fans, eine Leidenschaft mitbringt für einen Klub, ist ja logisch, dass sie nicht zufrieden sind und dass sie auch leiden. Also leiden es doch an uns, dass auch das Leiden, das sie jedes Wochenende gehabt haben, dass sie wieder ins Glück kommen. Und das ist auch schön, dass sie auch mit uns sind. Wir brauchen sie auch. Wir arbeiten jetzt nicht alleine, sicher auf dem Platz sind wir alleine, aber wir brauchen natürlich auch Unterstützung. Und da bin ich der Meinung, sind wir gut unterwegs. Weil sie haben Geduld, Fans, sie sind immer noch da. Und sie glauben immer noch an die Jungs. Und das habe ich heute Morgen auch gesagt, sie glauben noch daran. Also, wenn man mit der Ligaerhalt arbeitet, dann könnten wir auch Heroes sein, habe ich heute Morgen gesagt. Wir könnten Helder werden, auch wenn es ja die Meisterschaft nicht so einfach war. Aber wenn wir da rauskommen, dann ist es kein Meistertitel, ist es kein GoP-Sieg, aber da kannst du viel mehr Emotionen freimachen mit einer Liga-Halt, die du jetzt wirklich bis da oben hast. Aber wenn du da aus dem rauskommst, das habe ich heute Morgen gesagt, das ist sehr, sehr wichtig. Du kannst eine Saison unglaublich gut retten, wenn man jetzt wirklich wie Helden aufstretten und dass die Leute spüren, dass wir alles für den Sieg geben. Und da sind sie dann bereit als Gewerbe. Eine kleine letzte Frage an Herr Schwarz. Er hat wahrscheinlich mit mehreren Kandidaten geredet, gar nicht einmal davon aus, im Vorfeld dieser Trainersuche. Sie kommen von Deutschland. Haben Sie auch mit Kandidaten aus Deutschland gesprochen, die vielleicht ein Thema waren? Oder haben Sie von Anfang an gesagt, es muss ein Schweizer sein, der die Liga sehr gut kennt und dieses Profil erfüllt? Das ist sicherlich die wichtigste Message, dass wir einen Trainer brauchen, der die Liga kennt. Am besten ein Schweizer, das habe ich auch gesagt zu Beginn, als ich hierher kam. Wir müssen... Er hat es selber in der Jugend erlebt. Ich habe es von ausserhalb immer erlebt und das hat man gesehen. Und das muss alles wieder zurück. Danke. Dann vielleicht, Raphael, du hast noch eine Frage? Ich habe eine Frage. Alles klar, dann bitte mich schicken. Ja, Marco, du hast recht von Leidenschaft und Feuer. Nicht wie Wunder, wie willst du das wieder rauskitzeln? Das Feuer? Ja. Ja, dass ich das zum einen davorlebe, dass ich das so wahrnehme oder ein Wort überbringe auf dem Platz, dass ich dann auch ein Feuer mache, das sagt er, aber entfachen und dann auch etwas machen. Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber nochmal, ich habe es heute Morgen unglaublich gut gesehen, mit voller Energie und sie sind auch bereit zu leiden und die Wiedergutmachung oder in Anführungszeichen in der Situation, wo es sind. Sie wollen rauskommen, sie wollen, sie wollen dem Klub das geben, was sie verdienen. Verdient der Klub und das ist schon noch eine gute Basis. Ja, Leidenschaft habe ich immer. Du kannst mich auch etwas besser mischen. Also ich bin einer, der eigentlich privat ruhig und ausgeglichen bin und wenn ich auf dem Platz bin, bin ich halt emotional. Aber wenn man etwas liebt, bin ich der Meinung, muss man es auch zeigen. Und wenn du diese Leidenschaft mitbringst, dann kannst du auch vieles gut machen. Hast du davon aus, dass ihr die Anraschungen gegeben habt? Das sind alles so die Zukunftssachen, die mich im Moment wirklich interessieren können, denn es bleiben noch sieben Spieler. Also noch zwei in der Regal-Season, also gegen Lugano und Servet ist es auch, ich habe es vorhin schon gesagt, sehr schwieriges Spiel zu gewinnen, aber dann gerade Lugano und Servet. Aber wenn wir in Spiele gehen und wir haben keine Chancen, dann wirst du nie in Spiele gewinnen. Also wir werden unsere Chancen packen. Wir müssen auch Punkte machen. Wir müssen auch mutig sein. Ich bin nicht der Trainer, der hinten steht, mit zehn oder elf Leuten und denkt, okay, vielleicht gewinnen wir 1-0 oder 0-0. Also ich bin eher der, der nach vorne geht. Ja, bei Raphael, da vorne. Ähm, auch eine Frage an Marco Schelleba. Ähm, wir haben ja jetzt auch immer so ein wenig diskutiert, wie gut ist das GCK oder ist das GCK genug gut, um den Liga-Erhalt zu arbeiten? Definitiv, ja. Ich habe es ja gesehen spielen. Ich meine, ich habe es jetzt das erste Mal gesehen, richtig. Face-to-face und jetzt natürlich auch Gespräche führen. Heute Nachmittag und auch in den restlichen Tagen bis zum Samstag. Aber sie haben Qualität, ja. Das ist so. Und das müssen wir noch mehr machen. Es ist natürlich auch vieles im mentalen Bereich im Moment. Es ist ihnen nicht egal, was passiert. Das ist für mich wichtig. Sie sind am Leiden und sie sind nicht glücklich. Also nicht glücklich in dem Sinne, wie die Situation ist. Und darum bin ich der Meinung, sie sind bereit zu arbeiten und zum Herz zu arbeiten vor allem und auch den Klub anzubringen, der es auch angehört in der Super League. Aber man muss eigentlich die Situation abschätzen, wie wir im Moment da sind und wo wir jetzt sind. Aber nochmal, ich bin einer, der gerne nach vorne geht. Aber auch intelligent nach vorne. Aber ich meine, diese Bezüge müssen wir haben, weil heute Morgen schon gesagt, wir brauchen Spieler, die vorne ein Goal machen und das Spiel entscheiden können. Aber auch ein Verteidiger, der einen Big Safe macht oder ein Goalie, der einen Big Safe macht, wo wir das Glück dann vielleicht wieder rüberbringen. Und ich glaube, wenn man ehrlich arbeitet und auch das Zusammenschaffen lernt zu machen auf dem Platz, dann kann man gewisses Glück wieder erzwingen. Und Carlo? Carlo Frezza von Blick. Mit Abraschi und Schürpf, zwei Führungsspielern, haben Sie da schon Kontakt gehabt und ein Gespräch mit Ihnen? Und wenn ja, was haben Sie über das Team, über das Innenleben des Teams erzählt? Ja, es ist natürlich sehr wild heute Morgen, was Stress betrifft, viele Leute kennenlernen zu spielen. Wir haben den einen, der mich kennenlernen, coachen. Und ich habe irgendwie 35, 40, 50 Leute, neue Leute. In Anführungshauseichen, es ist natürlich schon nicht so einfach der erste Tag. Jetzt auch mit euch da und ich kann nicht essen und habe eigentlich Hunger, aber ich bin da. Das ist kein Problem. Nein, aber klar, Amir ist wichtig. Er ist auch ein Käpt'n der Mannschaft, der hat auch ein starkes Wort in der Mannschaft. Und Pascal, den ich kennen, der auch ein bisschen erfahren ist. Ich werde die Gespräche, ich muss sie auch, ich will sie auch machen, aber ich glaube, ich muss mir eine Zeit geben. Heute Nachmittag kann ich das machen, weil wir zwei Gruppen sind, wo ein gewisses Smalltalk da ist. Aber intensiv werde ich sicher drei, vier Spiele mit mir nehmen, wo wir dann wirklich intensiver reden können. Und dass sie das auch dann überbringen, die Mannschaft. Aber ich kann die Zeit ist schon relativ gut. Auf dem Platz und dann auch vor allem in der Kabine. Die Zukunftsfrage interessiert dich zwar nicht, aber ich probiere es trotzdem. Weil es einfach die Realität ist, bist du auch bereit, mit der GC in die Challenge League zu gehen? Aber das hast du am Anfang gesagt, ist eine Frage, die ich... Mach sie dir lieber nicht. Wir sind in der Super League und das wollen wir jetzt alles machen, damit wir hier oben bleiben. Denn die GC braucht es in der Super League und wir sind bereit zum Kämpfen und wir werden bis zum Schluss kämpfen. Ist das okay? Wie intensiv haben Sie in der letzten Woche GC verfolgt? Wie intensiv haben Sie die Match geschaut? Ich kann generell. Ich muss ja immer auch today sein als Trainer. Ich habe mich generell immer geschaut. Ich hatte das Glück, dass ich mit dem Ausbohren unterwegs bin. Und ich alle zwei oder drei Spiele live schauen konnte. Ich habe eine gute Mischung, was das Taktische betrifft, aber auch Spielerauswahl. Aber da habe ich jetzt noch viel Zeit. Nicht mehr viel, aber doch dunsche Fleidigung noch. Bis am Sonntag werden wir dann etwas kreieren und auch etwas präsentieren. Und jetzt ist eine beinbedannte Erfahrung mit amerikanischen Besitzern nicht die allerbeste gewesen. Jetzt wieder ein Club mit amerikanischen Besitzern. Ist das irgendwie etwas gewesen, das in die Überlegungen eingeflossen ist? Also man kann nicht alle Amerikaner gleich stellen. Es gibt auch verschiedene Schweizer, sagen Sie mal. Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, ja, sie sind, ähm, ich habe sie wenig gesehen. Also die Präsidentin kommt ja am Freitag. Ja, da werden auch Gespräche geführt. Ich glaube, wichtig ist, dass ich den Tragen gefunden habe, wirklich sehr, sehr schnell mit dem Stefan und dem Harald. Da haben wir eine unglaublich schnelle Basis gehabt, die wir uns unglaublich gut verstanden haben. Und das andere muss einfach einen guten Job machen. Ob du Engländer bist oder Amerikaner, wenn du einen guten Job machst, glaube ich, sagt jeder, du hast einen guten Job gemacht. Also nichts an mir, die Resultate zu bringen, die sie sich auch erhoffen. Danke. Ja, Mischi. Mischi, kannst du bitte das Mikrofon ergeben? Ja, Marco, ich habe noch eine Frage. Tauscht man sich da mit dem Vorgänger aus? Lutscht da vielleicht Bruno nochmal an oder sagst du einfach, nein, ähm, ich mache jetzt meinen Weg und es interessiert mich nicht, was vorhin war. Ja, da gibt es verschiedene Wege. Aber ich glaube, nochmal, ich bin aktuell und ich weiss, ähm, was für Spieler ich auf dem Platz gesehen in den letzten Spielen. Und ich glaube aber, es ist auch wichtig, dass ich mein eigenes Bild mache. Es gibt genug Leute, die mir gewisse Informationen geben, aber am Ende des Tages muss ich das auf dem Platz sehen, muss ich gewisse Informationen nehmen und schauen, wieso und warum. Ich habe es immer so gemacht, dass es mein Job ist, die Leute oder die Spieler so kennenzulernen, wo ihre Schwächen sind oder besser gesagt die Stärken. Ja. 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 Herr Zürich, haben wir schon wegen den Investoren wegen der neuen. Hast du mit denen schon Kontakt gehabt? Gibt es da schon irgendeine Stellungnahme, was Sie dazu sagen zu dem Trainerwechsel? Ich habe es nicht verstanden, Entschuldigung bitte. Die neuen Investoren, gibt es da schon einen Kommentar, was Sie dazu sagen zum neuen Trainerwechsel? Nein, ich habe ja vorher gesagt, das ist einstimmig, haben wir das entschieden, dass Marco Schellibarm der neue Trainer ist und von dem her ist das eine Linie. Und Austausch, wie war der Austausch, hast du schon mit ihnen geredet? Nein. Ich bin der Sportchef hier und das würde über meinen Weg gehen. Ich kommuniziere mit den Leuten, wir besprechen uns und am Ende werde ich trotzdem die Entscheidungen hier treffen, aber immer gemeinsam. Weitere Fragen? Gut, wenn die Gai weitere Fragen sind, dann bedanke ich mich herzlich fürs Kommen.